Flameshield und das Ding ausbauen. In dem Namen des Sovereignes haben wir gegründet. Lezer und Razzach. In dem Namen des Sovereignes. Majesty, ein neuem herausgefundenen Ausstattung hat gegründet, um dein König zu sein. Sovereign! A building has been upgraded! In the name of the Sovereign! Now Beast approaches. Call in the reinforcements! Abderazan! Aye, Hell. Your Highness, we've improved the guardhouse! Aye. Your Highness, we've improved the guardhouse! Sovereign! A building has been upgraded! I join the white spirit. Da ist einer von denen gestorben. Ja, ich will... Oh, da kommt das erste Phantom... Da kommt die Phantome an. Ah. Ah. An unwelcome death. In the name of the Sovereign! I'm done for! I join the white spirit. In the name of the... Your Highness! Our research in the library is complete! In the name of the Sovereign! I join the white spirit! I join the wild spirit! I feel... I join the wild spirit! As good as that! In the name of the Sovereign! I join the white spirit! In the name of the Sovereign! I join the wild spirit! I join the wild spirit! I join the wild spirit! In the name of the Sovereign! I torture! It's oh eh. I hose! And... Ich komme nicht mehr mit dem Ausbild hinterher. Okay, es sind nur noch zwei. Was macht ihr auch so nah an denen? Das war mein 50er Wizard und damit bin ich am Arsch. Ich bin immer noch ein. 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 Das ist die Welt. Magier können gegen die nichts ausrichten, weil die haben so eine hohe Magierresistenz. Und meine Ranger, die eigentlich dafür da sind, was gegen die auszurichten, sind so blöd dazu. Das gibt es doch echt nicht. Der Marktplatz ist kaputt. Ein Restart noch. Ich glaube ich muss es sowieso in der nächsten Aufnahmesession nochmal neu probieren. Abderazak. Hi ho. Ja. Würde sich der Level 50 Magier bitte mal dazu gesellen? A new building is complete. In the name of the Sovereign. Where did I put my spellbook? In the name of the Sovereign. I know. No man. No man. Your Majesty. A new building is complete. Das ist mein Raum. Ein neues Gebäude ist geschlossen. Ein neues Gebäude ist geschlossen. Ein neues Gebäude ist geschlossen. Das ist mein Raum. Die Rechte Queen ist ... Setz dich eine ordentliche Belohnung auf sie aus, damit die Spinnen aufhören. Soverein, your Marketplace now serves you better. Soverein, your Marketplace now serves you better. Your Highness, our research in the Library is complete. Our Beast approaches you. Ab Verazak! Veranяти! 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 Veran Disney! Veranяти! Soverein! in the name of the sovereign sovereign a building has been upgraded sovereign your highness our research in the library is complete sovereign your marketplace now serves you better your majesty sovereign a building I've got work to do Kein Held fühlt sich angesprochen. Mach die Witch Queen weg. Den Witch King weg. Kein Held fühlt sich nicht an, Schweren. Tax Collector. Tax Collector. Not now. I've got work to do. No fun at all. Nein, ich will diese Fahne nehmen. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie irgendwo anders. So. Das ist sie da. The local blacksmith offers new services. Tax Collector. This is not fine. Am Duranzen, Tax Collector. Sovereign, a building has been upgraded. Victory is not in the cards. I need to finalize. Oh, top fight. Ach, Gnomehovel wurde zerstört. Könnt ihr mal aufhören, da unten gegen diese blöden Spinnen zu verlieren? Ach, haben sie sich auch endlich mal bequält. Okay, der Witch King hat eine sehr hohe Rese... Oh nein. Nein. Ich gebe es auf für heute. Wir sind an der Zeit und es funktioniert gerade nicht richtig. Es ist wieder wirklich so eine Zufallsmap. Zum einen, wo der Witchking sich hin teleportiert, wer den Witchking angreift. Wo die Gebäude stehen. Wir müssen das beim nächsten Mal probieren. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Mission hier verdammt schwierig wird. Ja, aber es ist auch die letzte Mission der Hauptkampagne. Danach geht es ja mit dem Add-on mit dem nördlichen Reichen erst weiter. Erase Victories? Nein, bloß nicht. Gut, also mache ich jetzt hier einen Cut. Bis gleich.